Wir hatten über Landesbanken berichtet, die mit Milliarden vom Steuerzahler gestützt werden müssen und deren Manager trotzdem Gehälter über 500.000 Euro bezahlt bekommen. Die Summe, die die Bundesregierung eigentlich als Obergrenze für Krisenbanken ausgerufen hatte. Bei der Landesbank von Baden-Württemberg ist das zum Beispiel der Fall. Meine Kollegin Christine Adelhardt hatte dazu den Ministerpräsidenten Günter Oettinger befragt. Warum zahlen Sie denn Ihrem Vorstand mehr als das, was an der Gehaltsobergrenze beschlossen worden ist? Ich zahle Gebühren und erwarte, dass dann meine Anstalten mich in Stuttgart treffen oder in Berlin treffen sich hier. Denn Ihre Anfahrt bezahle ich auch. Ja, aber wir als Steuerzahler zahlen auch für die Landesbank und würden trotzdem gerne wissen, was mit dem Geld passiert und warum Manager so viel mehr Geld verdienen. Schön für Sie. Ich werde Ihren entstanden fragen, warum die ARD hier jetzt in Horb diesen Fragen nachgehen muss.